Mein Name ist Sabine Derflinger, meine Filme 42 Plus, Anna Fackling-Mollner und die Donal sind hier im VOD-Club zu streamen. Die Donal wurde voriges Jahr am Frauentag am 8. März, es war ein Sonntag im Gartenbau-Kino gezeigt und parallel in 40 anderen Kinos, drei Tage später war alles zu und Lockdown. Umso glücklicher bin ich, dass man jetzt auf VOD streamen kann und zwar so, dass man das immer zugunsten eines Kinos tut. Die Donal ist ein Dokumentarfilm, der der Frau Ministerin Johanna Donal ein Denkmal setzt. Er besteht aus Interviews und Archivmaterial und ich habe sehr lange daran gearbeitet, es gab viel Vorarbeit. Der Film ist sehr politisch und trotzdem unterhaltsam und war im Kino sehr erfolgreich. Also ich hoffe, Sie haben Lust, ihn zu streamen, falls Sie ihn noch nicht im Kino gesehen haben. Anna Fackling-Mollner ist ein Film, den Nina Proll für sich geschrieben hat und sie spielt auch die Hauptrolle. Muraddan Muslow ist ihr Love Interest. In diesem Film gibt es aber auch noch andere starke Frauen. Der Soundtrack für den Film, den hat Gary Schuler gemacht, aber in Zusammenarbeit mit Marina and the Cats. Also diesem Film gilt es nicht nur zu sehen, sondern auch den Soundtrack zu genießen. Der dritte Film ist 42+, ein Ferienfilm. Ein Film, der vielleicht schon ein bisschen was vorweg nimmt, was es dann in Vorstadtwerber auch zu sehen gab. In dem Fall geht es um zwei Familien und um eine Frau, deren Tochter pubertiert. Und es geht ums Älterwerden, das automatisch sichtbar ist, wenn das eigene Kind in das Erwachsenenleben ihn übergleitet. Und so kommt einiges in Bewegung. Und auch dieser Film ist sehr unterhaltsam. Dazu wünsche ich ebenfalls einen schönen Streaming-Abend.